Hallo Leute, willkommen zum Business Talk der Investment Punk Academy. Heute habe ich zu Gast den Andreas Rinhofer, der im wahrsten Sinne des Wortes die Karriere vom Tellerwäsche zum Millionär gemacht hat oder auch von der Hauptschule dritte Leistungsklasse zum digitalen Vorzeigeunternehmer der Logistikbranche. Der Andreas ist Gründer von Speedy Ford und Speedy Ford bietet für die Logistikbranche eine Ausbildungsplattform an, beispielsweise wo eben Lkw-Fahrer online lernen, wie sie einen Lkw beladen, wie sie Zollformulare ausfüllen und ähnliches. Aber darum herum hast du ja noch ein fast Imperium von verschiedenen Beteiligungen schon gebaut und bist weiterhin dabei das zu erweitern. Hallo Andreas. Hallo Gerhard, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Willst du mal ein bisschen deinen Währendegang erzählen? Wie hat sich das Ganze entwickelt von Anfang an? Du kommst ja aus Tirol und wie bist du jetzt dazu gekommen, ein digitales Unternehmen dann aufzubauen? Ja, du hast am Anfang gesagt, dritte Leistungsgruppe. Ja, das stimmt. Also ich bin in die Hauptschule in Kufstein gegangen, war in allen Fächern in der dritten Leistungsgruppe. Nicht, weil ich jetzt besonders blöd war, sondern ich war halt besonders faul damals. Und meine Eltern waren selbstständig, die haben jetzt auch nicht unbedingt geschaut, ob ich jedes Mal die Hausaufgaben mache oder ob ich lerne. Und ja, dann bin ich halt in die Hauptschule da so durchgekommen, bin danach auf eine Wirtschaftsschule gegangen, hab da quasi, da bin ich dann gut durchbegleitet worden durch Nachmittagsbetreuung und hab dann quasi halt so einen mittleren Reifeabschluss in Deutschland gemacht, also in Rosenheim. Und ja, dann wusste man nicht, was man mit mir anfangen soll. Und dann hat sich mein Onkel quasi erbarmt und hat gesagt, komm zu uns im Betrieb und fang in der Speditionsbranche an. Das war 99, 2000 und hab dann quasi aus Dispositionsgehilfe für andere Disponenten Aufträge erfasst und hab die halt dann quasi digitalisiert und hab halt die Auftragserfassung gemacht. Und bin dann, über die Jahre hinweg, hab ich mich halt dann hochgearbeitet. Das heißt, ich wurde dann irgendwann selber Disponent, also Speditionskaufmann, hab dann auch berufsbegleitend später studiert, hab dann in Deutschland einen Betriebsweg gemacht, hat dreieinhalb Jahre gedauert, wurde dann irgendwann bei einer anderen Firma Abteilungsleiter. Und zum Schluss war ich Speditionsleiter und ganz zum Schluss war ich in einem Konzern einer von drei für die Digitalisierung verantwortlich für eine Spedition mit 2000 Mitarbeitern. Und wieso bist du dann auf die Decke von dein eigenes Unternehmen aufzubauen? Die Idee, getrieben von Digitalisierung, aber auch von dir unter anderem, war damals so, 2015, 2016, da haben Fitness-Apps angefangen. Und man hat so das zwölf Wochen, ich mach dich schlank Programm, quasi sich kaufen können oder bei dir in der Academy quasi sich weiterbilden können zum Thema Finanzen und Immobilien. Und da war der Gedanke, warum gibt es sowas nicht für die Speditionsbranche? Kaum einer in Großstädten wollte irgendwie Speditionskaufmann lernen und man hat dann, sag ich mal, aus dem Gastgewerbe Rezeptionisten abgeworben und die dann fit für die Speditionsbranche gemacht. Und das war aber, offline hat das immer ein halbes Jahr gedauert, dann wer schult die Leute ein, stille Post spielen mit Halbwissen, dann wurden die am Anfang nur aus Schreibkraft quasi missbraucht. Und so ist die Idee gekommen, halt eine Online-Plattform für Speditionen zu gründen, da es für den eigenen Konzern mit Mehrsprachigkeit, wer hält das aktuell, Content und sowas, auch sich nicht gerechnet hat. Und wie hast du am Anfang dann das Kapital bekommen? Weil wenn du jetzt eine Firma aufbaust, wirst du ja wirklich einiges an Geld gebraucht am Anfang. Wo ist das gekommen? Also den ersten Prototypen quasi habe ich mir selbst bezahlt. Das waren, ich sage damals so 50.000 Euro. Aus Ersparnissen. Aus Ersparnissen. Habe mir auch sehr viel selbst beigebracht. Also der erste Prototyp war eine WordPress-Seite mit geschütztem Member-Bereich. Und da hatte ich auch noch eine Beratungsfirma, eine kleine Beratungsfirma nebenbei zum Thema Digitalisierung. Und habe das dann aber im Bekanntenkreis schon gezeigt, so quasi hier mein Prototyp, ich mache dich vom Anfänger zum Disponenten. Und dann hat das ein sehr großer Unternehmer bei uns in der Gegend gesehen und hat nach fünf Minuten gesagt, und ich wollte gar keine Beteiligung, Andreas, du musst dich nur mit denen selbstständig machen. Und ich habe gesagt, nein, ich bin Speditionsleiter, darf nebenbei sogar Digitalisierung beraten. Und habe ja wirklich damals für, sage ich mal, 33 Jahre als Angestellter und Teilselbstständiger verdammt gut verdient. Und dann habe ich am Anfang gesagt, nein, danke, aber ich fühle mich sehr geehrt. Und drei Tage später habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, siehst du das immer noch so, dass du dich da beteiligen würdest und mir da helfen würdest bei der Firma? Und dann hat der Investor gesagt, nicht so schnell jetzt, jetzt ist auch meine Euphorie vorbei, fahren wir mal bei mir im Bekanntenkreis drei, vier potenzielle Kunden ab. Da hat sich dann einen Tag für mich Zeit genommen und dann haben wir Speditionen angefahren. Die eine hatte 1.000 Mitarbeiter, der andere hatte 500 Mitarbeiter und der andere hatte, ich glaube, so 200 Mitarbeiter. Und die waren alle aus seinem Bekanntenkreis. Und ja, und dann haben wir denen das präsentiert, dem Prototyp, dem WordPress-Prototyp. Und dann haben die gesagt, also wenn ihr das macht, wenn ihr das professionalisiert, wir werden alle eure Kunden. Und ja, und dann ist es losgegangen, das richtig zu professionalisieren. Vor allem so eine Firma mit 1.000 Mitarbeiter, da geht es dann um Datenschutz, da geht es um nicht nur Quereinsteiger-Schulungen, vor allem das Thema Arbeitssicherheit, Mehrsprachigkeit, weil der typische Fahrer spricht kein Deutsch und, 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 und. Und dann haben wir gemerkt, dass das Projekt eigentlich explodiert. Also das war ja nicht nur so, hey, ich brauche jetzt 50.000 oder 100.000 Euro, sondern wir haben über eine halbe Million Euro dann gebraucht, eben um Schnittstellen zu Systemen, Datenschutz, Rechenzentrum. Und vor allem Speditionsbranche ist ja auch ein Fluktuationsthema groß, vor allem im gewerblichen Bereich. Schnell User anlegen, automatisiert User anlegen. Es ist ja nicht nur quasi eine Online-Plattform herzustellen, ein paar Videos zu machen, sondern wir haben ja wirklich ein Lernmanagementsystem für die Speditionsbranche digitalisiert oder salonfähig gemacht. Und ja, und so haben wir halt über eine halbe Million Euro gebraucht, die ich dann gegen Firmenanteile... Wie viel hast du abgeben müssen? 50 Prozent. 50 Prozent. Und hast du einen guten Vertrag gemacht? Sehr guten Vertrag. Also es sind zweimal 25 Prozent an Privatpersonen, die das Risikokapital dann zur Verfügung gestellt haben. Ich habe auch Rückschritte gemacht. Also ich habe mein Gehalt dann am Anfang, im Vergleich zum Konzern, wo ich sehr gut verdient habe, am Anfang gedrittelt. War auch ein Rückschritt, der sehr interessant ist, wenn man das gewöhnt ist. Ich habe das neueste iPhone oder halt die ganzen Konsumdinger halt da, was man halt dann so im Hamsterrad halt hat. Und dann macht man da einen Rückschritt, weil man an seine Idee glaubt. Und er war eine ganz tolle Zeit und bin auch sehr dankbar, das quasi nochmal erlebt zu haben. Quasi nicht nur den Aufbau und dann geht es immer so weiter und dann geht man nur in den Stadt einkaufen, sondern hat Energie, weil man von seiner Sache so überzeugt ist und ballert da richtig Stunden und Energie rein. Und wie war es dann plötzlich, einfach die Gas zu reduzieren? Einfach, du hast ja auch Familie und alles. Wie war das dann plötzlich? Also es war eine Umstellung, hat aber am Anfang auch mal gut getan, weil ich damals falsche Dinge investiert habe. Ich glaube, ich habe alle Finanzfehler, was du so aufzählst, gemacht. Also das Haus am Land, geheiratet, dann auf Konsum irgendwelche Uhren gekauft, quer durch, also damals mit 32 Jahren. Und da hat mir der Rückschritt, um wieder Gas zu geben, eigentlich recht gut getan, um sich auf Wesentliche zu besinnen und dann auch Geld mehr für Investitionen auszugeben, als wie nur für Münchner Innenstädte oder sowas. Und was waren so dann die größten Herausforderungen? Das nächste war ja, glaube ich, mal das Ganze programmieren zu lassen. Ja, also da zahlt man natürlich auch Deppensteuer. Wir haben das gemacht. Ja, am Anfang Freelancer aus Indien. Das ist aber relativ, zum Glück, relativ schnell in die Hosen gegangen. Also es ist sehr schnell. Der erste Kunde hatte eben bis zu 1.000 Mitarbeiter und da hat man halt relativ schnell die Möglichkeit, das System zu testen. Und es ist zwar nach zwei Wochen da quasi in Wirklichkeit alles zusammengebrochen, das heißt Apache Arrow, das war nicht mehr erreichbar, die Plattform dann stundenweise und dergleichen, bis dann meine Investoren gesagt haben, Ach, Andreas, du bist doch kein Programmierer, nur weil du selber jetzt ein paar Videos dir angesehen hast und da in Indien quasi so Freelancer gefunden hast. Und dann hat er so gesagt, ja, wir in der Spedition bauen ja auch nicht den LKW selbst. Und dann haben wir uns da wirklich ein professionelles Team gesucht, die uns da jetzt betreuen. Mitarbeiter oder eine Agentur? Da haben wir eine Agentur. Für Schnittstellen machen unsere Mitarbeiter und Erweiterungen. Aber der Grundkern ist eine Agentur, weil wir mittlerweile ja die Plattform in 41 Sprachen in der Menüführung anbieten, eine App anbieten. Das Problem ist beim E-Learning für Speditionen, das ist eine der schwierigsten Branchen für das. Der typische Fahrer hat jetzt kein neues iPhone, der hat nicht das neueste Samsung-Gerät, sondern wir machen das teilweise auf TomTom-Navi-Geräten auf Android 6 basierend. Und dann machen die ihre E-Learnings. Ohne E-Mail-Adresse, weil die E-Mail-Adresse für die Firma wieder zu teuer wäre, um mitzuführen. Und haben da auch Schnittstellen zu Navigationssystemen gemacht. Also das hat eine Agentur gemacht, aber das quasi das Salonfähige, das kommt von uns raus. Und wie hast du dann den Vertrieb organisiert? Weil das ist ja auch ein wesentliches Thema. Oder hat sich das teilweise im Markt einfach herumgesprochen, weil das den Speditionen so viel Geld und Zeit gespart hat? Vertrieb ist eines der schwierigsten zum Lernen. Also die Idee ist das eine, dann das Umsetzen ist das andere. Dann auch das Geld zu bekommen, um es umsetzen zu können. Und dann aber Vertrieb. Wir haben quasi das erste halbe Jahr, bis Mai war das damals, also 2017. Nur Content-Produzier-Plattform angepasst. Da gab es auch Nächte, also ohne Übertreiben. Ich bin um sechs ins Büro, war bis 18 Uhr im Büro, war dann zwei Stunden zu Hause, um Abend zu essen. Und bin um 20 Uhr wieder ins Büro, bis vier in der Früh. Also das hat es auch gegeben, weil da war dann die Transport-Logistik-Messe, ist die größte Messe. Und wir hatten da quasi unsere Präsentationstermine. Und es war eine harte Zeit. Und dann haben wir quasi das Gerüst aufgebaut und haben uns gedacht, das läuft ab Mai, wenn wir dann da sind, wie geschnitten Brot. Ja, das war jetzt eben nicht so. Haben am Anfang auch einen Riesenfehler gemacht. Wir haben immer Projekte verkauft und haben gesagt, okay, ihr habt 1.000 Mitarbeiter, kostet Hausnummer 15.000 Euro. Da haben wir das erste Jahr definitiv verschenkt und haben kein Abo-Modell. Mittlerweile haben wir ein Abo-Modell, das ist ein pro-User-basierendes Abo-Modell. Und da läuft es wie ein Leasing-Vertrag, wie ein Handy-Vertrag, je nach Unternehmensgröße, einfach mit. Und dann hat es halt angefangen. Wie vertreiben wir? Einmal über das Netzwerk, weil ich ja aus der Speditionsbranche komme. Dann, was sehr gut funktioniert hat, war auch das Thema Experten-Dasein aufzubauen. Das heißt, viele Zeitungen haben sich quasi um uns gerissen oder haben mit uns zusammen was gemacht, weil wir ein Start-up sind, weil es auch funktioniert, jetzt nicht nur Exit getrieben ist, sondern auch der Branche wirklich was Gutes tun will. Und so war man ganz oft auf Bühnen oder ich war halt oft auf Bühnen. Und dann hat man halt 10, 20, 30 Visitenkarten im Anschluss bekommen, wo man dann nachtelefonieren kann. Und dann ist natürlich weitergegangen, Online-Marketing, Retargeting, PL. Also so hat es dann richtig angefangen, groß zu werden. Und dann braucht man aber Sales-Strukturen mit Präsentationsterminen, Nachfassen, also Offert-Management, CRM. Also das Thema CRM ist ja in Speditionen kaum gegeben. Da wird angerufen, ich habe einen LKW, hast du eine Ladung? Passt, passt nicht. Aber so wie wir das heute handeln, mit Scores, wer unsere Landingpages besucht, Conversions, ROAS bemessen und, 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 das war ja damals undenkbar. Und hast du dann auch mal ein Geld gebraucht oder war die Firma dann schon inhärent profitabel? Also wir haben die Anfangsvereinbarung so gemacht, also wir haben einen Rahmen vereinbart und ich habe mir da in Zehntausender Schritten quasi Geld nehmen können und bis quasi das System gestanden hat. Am Anfang, das habe ich vergessen zu sagen, also im ersten Jahr haben wir öfter Anfragen von anderen Firmen, Navi-Herstellern, Versicherungen, Zeitungen bekommen. Wir möchten uns gerne bei euch beteiligen. Also wie wir öfter Anfragen bekommen haben, von alleine, wir würden gerne eure Kunden sein. Also das war am Anfang ganz interessant eben, dass eben ganz große Firmen zu uns hergekommen sind. Wir würden uns gerne beteiligen. Und das haben wir nie getan, weil meine Investoren finanzstark sind und wir an unser Produkt so geglaubt haben und eigentlich auch nie einen Exit forciert haben, sondern ich glaube, mit der Digitalisierung kann man sehr viel lösen, aber wir schaffen auch wieder neue Herausforderungen und diese Herausforderungen gehören geschult. Ob das ist, ob der Lkw autonom fährt, teilautonom fährt, wie ist es dann mit der Ladungssicherung, egal was. Deswegen glaube ich auch, dass das jetzt ein Betrieb ist, also unser Grundkern, wo wir auch selbst meine Kinder noch was davon haben können, wenn sie wollen. Und wie willst du das jetzt Unternehmen weiterentwickeln? Also wie willst du das jetzt noch groß skalieren? Also jetzt ist gerade dabei, in der DACH-Region sind wir in unserer Nische sehr, sehr bekannt. Wir haben jetzt eine sehr große Kooperation geschlossen mit dem TÜV Süd, wo wir das Thema Arbeitsschutzunterweisungen digitalisieren für andere Branchen, weil wir aus dieser Branche herauskommen, die ja extrem schwer ist. Lagerarbeiter spricht kein Deutsch, hat nicht das neueste Smartphone. Und so haben wir jetzt eine Ausschreibung gewonnen und werden zusammen als digitale Werkbank für den TÜV Süd das Thema Arbeitsschutz auch in andere Branchen tragen. Und selbst möchte ich weitere Vertriebsstrukturen auch über Länder, zum Beispiel Polen, Italien. Da haben wir schon einzelne Kunden, haben aber noch keine Vertriebsstrukturen oder auch jetzt keine Niederlassungen da, wo man da vielleicht auch etwas aufbauen könnte. Aber da das Ganze mehrsprachig ist, wird es relativ leicht sein, weil jetzt schon teilweise in verschiedenen Sprachen die Videos und alles gemacht werden müssen. Das stimmt, aber ich habe ein Beispiel, man unterschätzt das extrem. Ich habe einen großen österreichischen Kunden, der hat slowakische Mitarbeiter in Österreich, in der Slowakei und in Deutschland. Und dann gibt es aber Sachen, die auf den Arbeitszeitenschutzgesetz basieren. Und dann habe ich aber einen Kurs in slowakisch, nach österreichischem Recht, nach slowakischem Recht und nach deutschem Recht. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber wenn dieser Content eben da ist und dafür ist er auch genommen, können ihn alle weiteren Speditionen benötigen und verwenden. Das ist das Tolle. Und der Content kommt dann von irgendwelchen Speditionen oder von Experten? Kaufst du den dann zu? Genau, es ist eine Mischung. Wir schreiben uns auf die Fahne, E-Learning für die Branche salonfähig zu machen. Das heißt, wir haben sehr viele Standardkurse. Wie groß ist der LKW, wie lang ist er, wie lang darf er fahren, das ist für jede Spedition gleich. Da gibt es bei uns Standardkurse, ungefähr um die 100 Stück. Wer hat die gedreht? Wir mit Partnern, wir selbst, aus der Erfahrung, zugekauft, quer durch. Ja. Und darüber hinaus können aber Kunden in ihrem geschützten Bereich eigene Kurse erstellen auf unserer Plattform. Also so wie auf einer Kachabi-Plattform können sie verschiedene E-Learning-Inhalte, ob das Videos sind oder auch klassische E-Learnings, in ihren geschützten Bereich hochladen. Weil jeder Betrieb dann doch unterschiedlich ist. Aber willst du das Unternehmen am Ende weiterführen und nicht verkaufen oder so? Oder in die Börse bringen? Habe ich nicht vor bis dato. Also die sagt niemals nie. Wir sind jetzt gerade auch dabei, also am Anfang war es für uns interessant, eine KG daraus zu machen. Wir werden jetzt das dieses Jahr ändern. Das Thema mit der KG war am Anfang mit der Investition, dem Verlustvortrag. Bauen jetzt quasi eine GmbH mit Holdingstruktur. Also eine doppelte, zwei GmbHs. Also einmal ich aus Beteiligungs-GmbH von Österreich und dann meine Firma aus GmbH. Da sind wir gerade am Umbauen. Das wird dieses Jahr jetzt in der zweiten Hälfte stattfinden. Aber ein Exit ist derzeit nicht geplant. Im Gegenteil, also wir sehen sehr viel Digitalisierungschancen in der Branche. Ich bin jetzt auch bei einer Job-Plattform für LKW-Fahrer zu 50% investiert. Und auch das Thema, wir werden sehr oft kontaktiert eben, das Thema ist Transportmanagement-Systeme, CRM-Systeme und da auch bei der Digitalisierung zu beraten. Und was würdest du jemandem raten, der jetzt von Anfang an sein digitales Unternehmen aufbauen will? Weil es gibt ja viele, die sagen, okay, da geht die Action-Up, da will ich tätig werden, aber die meisten fallen auf die Schnauze meistens allein schon mangels Geld, mangels IT-Know-how, mangels Online-Marketing-Know-how und so weiter. Ja, viele sagen da immer so, ja, du musst dein Mindset finden und start with why. Meiner Meinung nach stimmt das bedingt, ja. Also man muss dafür brennen, weil man so viel Achterbahn fährt. Also für mich war, das sage ich immer im Spaß, selbstständig sein ist manisch-depressiv für Anfänger zwischen alles ist super und alles ist scheiße, sind oft nur fünf Minuten. Aber wichtig ist, oft und überschätzen die Leute ihre Idee. Sagen, ach, ich kann über die Idee nicht sprechen, weil ich habe so eine tolle Idee. Dann kommen sie nie ins Umsetzen. Ein paar kommen dann ins Umsetzen. Das Wichtige ist quasi die Kombi, die Idee umsetzen, aber auch Vertrieb. Und stetig daran zu bleiben und nicht, man kann nicht innerhalb von zwei Wochen das Rad neu erfinden oder sowas, sondern man muss stetig dranbleiben und immer schauen, wo ist gerade mein Bottleneck quasi und das lösen. Am Anfang war es bei uns so, löst unser Produkt wirklich das Problem dieser Branche. Da haben wir natürlich auch, vor allem das Thema Arbeitssicherheit, was ja gesetzlich vorgeschrieben ist, habe ich am Anfang gar nicht mit dabei gehabt. Ich wollte nur Quereinsteiger ausbilden. Dann, das zweite Jahr war für uns so wichtig, wie machen wir uns für den Kunden kaufbar? Das heißt, den Kunden haben am Anfang immer Projekte verkauft und nach einem Jahr haben wir wieder von vorn angefangen. Und das war ein Riesenfehler, weil dann haben wir genutzt, haben wir nicht so genutzt, einen Teil haben wir genutzt und dann haben wir immer neu verhandelt und nicht quasi dieses Abo-Modell aufbaut. Das heißt, das zweite Jahr war extrem so, wie kann ich Kunden kaufbar machen? Und wenn ich dann die Strukturen habe, ab dem dritten Jahr konnten wir diese Strukturen erst wirklich belasten. Das heißt, der Vertriebsprozess steht jetzt, egal ob der jetzt über LinkedIn kommt, über eine Messe kommt, wir haben dafür Prozesse, sind auch da mittlerweile sogar ISO-zertifiziert und belasten dieses System und skalieren dieses System gerade. Auf jeden Fall ein toller unternehmerischer Erfolg, der erst am Beginn steht, wo noch viel Zukunftspotenzial ist. Wir wünschen ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Ich glaube, der Andreas kann auch für viele von euch, die ein digitales Geschäft aufbauen wollen, als Vorbild dienen, weil es wirklich von ganz unten herauf geschafft hat. Aber es zeigt offensichtlich, dass mit harter Arbeit, Fleiß und Disziplin das Ganze geht und dass eben nur Mindset und Start-up-Lifestyle allein definitiv nicht reichen. In diesem Sinne, wir wünschen euch sehr viel Erfolg. Alles Gute beim Aufbau eures digitalen Geschäfts.